Oh Leute, wir sind von einem horrorlichen Horror aus und ich habe Angst da rein zu gehen, Leute, guck mal da. Clary will da unbedingt rein und ich habe Angst. Clary, was war das? Sollen wir da rein? Weiß nicht. Clary, geh mal vor, Clary, ich habe Angst. Oh Leute, voll der gruselige, gruselige Haus. Sollen wir da wirklich rein? Oh, vielleicht ist noch Post da. Dann guck mal, da steht immer rein. Oh nein. Wir sind mutig. Clary, du sollst mutig sein, du gehst vor. Das ist einer. Ich habe Pfefferspray dabei. Und Totschläger. Und Totschläger. Hallo, ist hier einer? Wir wollen nur wieder reden. Oh Leute, was ist in diesem Haus passiert? Es ist ein Gruselhaus. Stöhnen. Ich habe nicht gestöhnt. Hat hier einer stöhnen gehört? Hallo? Oh nein, vielleicht ist noch einer hier drinnen am Wohnen. Ein Geist. Oh, das ist hier. Da musste einer mal kacken. Oh Leute, was liegt hier? Ist das Alarmanlage oder was? Oh, da ist einer ganz oben im Haus, schreibt einer. Der wohnt hier. Oh Leute, wollt ihr da reingucken? Ne, wollt ihr nicht. Oh Leute. Irgendwas ist draußen. Vor diesem Haus. Nicht, dass hier eine Leiche ist oder so. Guck mal, hier Unterlagen. Hast du mal ein bisschen Licht? Ich habe keine Lampe dabei. Keine Lampe dabei, sehr gut. Sehr gut vorbereitet. Was ist hier in dem Haus? Unterlagen. Und ein Kronenleuchter. Hätte nur einer so ein T-Shirt vergessen. Auch wieder Unterlagen. Ach, da geht noch weiter. Clary hat schon Angst. Polizei kommt. Oh nein, ein gruseliger Keller. Aber ohne Licht gehe ich da nicht rein. Hinter uns ist ein Schatten, Clary. Guck mal hier. Vielleicht geht ja noch Licht. Was ist in diesem Schrank? Vielleicht eine Leiche? Was ist Clary? Alles okay? Wir sind an einem geheimen Ort. Hier ist ein Horrorhaus. Irgendwo in Mörs. Scheiße, jetzt habe ich gesagt, wo wir sind. Irgendwo in Mörs. Guck mal, da ist ein Rucksack. Und meint ihr, was ist denn da noch drin? Scheiße, da ist echt noch was drin. Oh fuck, ey. Hier sind noch Unterlagen. Hier sind noch Unterlagen. Was steht denn da? Gastro Service GmbH. Leute, könnt ihr das lesen? Ich weiß nicht, könnt ihr das lesen? Ich weiß nicht, könnt ihr das lesen nicht? Überall Unterlagen, Geschäfts. Was, du willst die raus? Warum? Leute, sollen wir die Treppe, soll ich die hoch? Bitte einmal abstimmen. Oh Leute, ich habe Angst. Bitte einmal Daumen hoch, wenn ich die Treppe da hoch gehen soll. Guck mal hier, ich bin am Limit. Oh nein, die Treppe. Was wird uns da oben erwarten? Clary. Was hast du dazu? Nicht gut? Okay, die geben alle Daumen hoch. Ich muss die Treppe hoch. Hilfe. Mein Fuß, irgendwas ist an meinem Fuß. Hilfe. Oh Leute. Das Grauen hat einen neuen Namen. Hallo, ist hier einer noch? Willkommen in den Frieden. Wir wollen nur ein Video drehen. Da, ein T-Shirt. Ein T-Shirt von Satan. Oh nein. Hilfe. Kontoauszüge. Da. Schick mir mal 35.000 Euro. Oh. So viel Geld, ey. Das hätte ich gerne auch mal. Das geht nur immer weiter, Leute. Oh Leute, guckt mal da oben. Oh, ist das gruselig da oben. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Oh. Maximal. Terror. Oh nein. Der Boden, der gibt schon nach. Guck mal, die Fenster, wie gruselig. Hier steht Cash. Cash. Kratzgeräusche sind hier auch überall. Guck mal, da schlafen welche. Hier ist der Schlafplatz von irgendwelchen Leuten. Und guck mal, hier machen die Feuer da. Würde mich nicht wundern, wenn hier unten noch Heroin-Spritze liegt. Leute, soll ich da hoch? Ich weiß nicht. Hallo, ist da einer? Das ist mir echt zugruselig, da oben. Ich meine, ich habe da einen Schatten gesehen. Ach nee, ich weiß nicht, wenn da einer ist. Was soll ich da machen? Leute. Echter Blümel. Guckt ihr mal für mich? Ich habe Angst. Ist da einer? Sag mir mal bitte, ist da einer? Guck mal bitte. Ah! Hilfe! Was war das? Ah, Knelli. Schnell, ich muss hier raus. Oh, was ist hier los? Ah! Was ist denn hier los? Hilfe! Ah! Jetzt rutsche ich auch noch hier weg. Ah! Hilfe! Oh, Leute. Dieser Schaurige, Lost Place. Da steht... ...immer rein. Das ist ein Trap, Leute. Das ist ein Trap. Die wollen einen da nur reinkriegen in das Haus. Ja, was war das? Ich frage mich auch was. Das war irgendwas Unnatürliches. Knelli, was meinst du? Ich war nur mal bei Nacht hier. Bei Nacht hier noch mal rein? Bist du irre? Nee, ich bin, äh, kein. Da, guck mal. Könnt ihr das Haus sehen? Das ist noch nicht die Geistern. Was war los? Ja, da oben im Speicher, da ist irgendwas. Leute. So, wir nochmal bei Nacht rein. Stimmt mal ab. Daumen hoch. Wenn wir hier nochmal nachts ziehen. Daumen nach oben. Für irgendwie nachts. Sollen wir jetzt nochmal nach Wolfskuhlen fahren? Ich hab Vollburg nach Wolfskuhlen. Scheiße, das können wir nicht mal nach Wolfskuhlen fahren. Jetzt wisst ihr, wo wir sind. Oder hinten kommen Leute. Ach. Nein. Geisterseance sollen wir hier machen. Schreibt einer. Ja, hier lebt grad nicht. Wir müssen nochmal... Bei Tageslicht ist so eine Sache. Das ist ja ein komischer Ort hier. Was meint ihr zu diesem Ort? Ja, ist auch der Bauch. Voll das komische Gefühl. Ich kann euch leider noch nicht nach vorne zeigen. Weil hier ist noch ein Lost Place. Der bleibt geheim. Ja, live dabei. Gruselig. Weihnachts noch gruseliger. Da muss man Manfred. Ohne Manfred träumen hier hin. Hier sind's so Kringe. Was ist denn Kringe? Ich weiß, wo ihr seid. Wir sind an diesem... Jaguar. Hier steht ein Jaguar. Ohne Witz. Lost. Ah, ich weiß nicht, könnt ihr erkennen. Und guck mal jetzt, Leute. Ich weiß nicht, könnt ihr sehen. Ey, der war eben noch offen, ne? What the fuck? Der hat ihn jetzt zugemacht, ihr Geist. Die wissen, wo wir sind. Die sind in drei Minuten hier, sagt er. Polizei ist schon informiert. Verrückte Nuss. Das war wirklich... Ich muss jetzt erst mal chillen, ey. Das war wirklich... Du bist nicht hinter uns. Nein. Wir sind spitze. Ja, dank dir. So, was jetzt? Nächster Gruselort. Hallo. Ja. Ja? Ja. Okay, bis in zehn Minuten. Nein, Scherz.